Ja meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Admiral ist wieder am Start. Und das lustige daran ist, wie man es hier so sieht, ist der kleine Santa natürlich dabei, der mir alles hinterher plabbern will, was er denn nur zu hören kriegt, egal wie lang der Ersatzbau auch so ist. Wenn man alles an einem Stück erzählt, brabbelt er immer die letzten Sekunden hinterher. So, das waren jetzt fast 10 Sekunden, so mal als kleiner Test am Rande. Dann können wir den ganzen natürlich auch noch versorgen, indem wir ihm ordentlich noch Milch und Kekse geben. Das ist ja ganz klar, das wissen ja viele. Wenn der natürlich ordentlich Geschenke bringen soll, dann muss man natürlich erstmal einen Brief schreiben. Das machen wir jetzt an der Stelle erstmal. Guck mal, da haben wir den kleinen Talking Tom. Und dann könnten wir jetzt hier so verschiedene Brieffunktionen nutzen, also als Postkarte. Ich kann das jetzt hier löschen. Mal gucken, ob er es macht. Wird immer größer. Na nu, warum dauert das so lange hier? Oh. Äh, schreiben wir mal rein. Oh. Warum stockt denn das so? Das gibt es doch gar nicht. Auf dem Quad-Core stockt das Gerät hier sogar nur beim Schreiben, was ist da los? So, schreiben wir direkt mal hin, Bad Santa. So, und dann haben wir das Ganze. Dann können wir das natürlich hier speichern. Gehen wir mal oben auf den Pfeil ganz normal drauf. Entweder wir speichern es in der Galerie, verschicken es per E-Mail, Google Mail, E-Mail, Facebook, Whatsapp oder per SMS oder MMS. Dann ist das Ganze hier natürlich schon geschehen. So, wir können es an der Stelle erstmal wieder rausnehmen. Das war die erste Postkarte. Dann haben wir hier die andere Postkarte. Macht er da. Das ist ja genial. Das ist ja der Hammer. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Coole Sache erstmal. Das ist ja geil. Also Postkartenformat würde ich mal erstmal empfehlen. Kann man so jedem zeigen. Dann kann man natürlich mit dem Kleiner noch eine Schneeballschlacht anfangen. Ich weiß jetzt nicht. Kommt da immer dieselbe Animation? Mal sehen, kann man den noch direkt überrollen hier? Anscheinend schon, ja. So, du kleiner Weihnachtsmann. Stehen wir erstmal auf. Mal sehen, wenn er noch mehr Kekse kriegt. Ne? Doch, gucke. Jetzt hat der kleine Tom ihm einfach mal seine Kekse geklaut. Ne? Macht er nicht normal? Was haben wir denn hier? Wir haben Geschenke in seinem dicken Sack drin. Wollen wir mal direkt nachgucken, was da so los ist. Ein Riesengeschenk. Der Sack ist genauso groß wie vorher. Wahnsinn. So, wir können natürlich auch noch zur Belustigung. Können wir? Ja. Können wir ihm natürlich auch nochmal eine Anstandsschelle verpassen. Oder? Achso. Man kann den ganzen auch streicheln, aber nicht im Gesicht. Das ist gar keine Absicht. Das mache ich auch nicht mit Absicht. Oh wei. Lieber guter Weihnachtsmann. Schau mich nicht so böse an. Sonst, ja, ihr wisst Bescheid. Ho, ho, ho. Jawohl. So, dann kriegt er gleich nochmal die Schneekugel direkt ab. Und ansonsten, was haben wir hier oben noch? Die Smileys. Ich glaube, wir gucken erstmal hier. Videoaufnahme können wir natürlich auch noch machen. Der zeichnet mir das jetzt auf. Und wenn er denn zuhören sollte, müsste dann eigentlich was dabei rauskommen. Machen wir mal so. Spiele? Ne, Spiele wollte ich gar nicht. Spiele? Meint er Abspielen oder was für Spiele? Das Lustige an der Stelle ist natürlich, hört mal die Stimme. Warte nochmal. Das ist jetzt so aka der anonyme Telefonanrufer. Wahrscheinlich der letzte Anruf oder so. Und das kann natürlich dann auch schon gefährlich werden. Ihr solltet das dann abspeichern. Und an eure Freunde vielleicht mal nur den Ton verschicken. Die werden sich verundern. Da habt ihr gleichzeitig also noch so einen Voice Tracker dabei. Ziemlich geile Sache. Was soll man denn jetzt hier? Werbung? Achso, das ist Werbung oder was? Wenn ich hier draufgehe. Keine Werbung kann ich mir dann holen. Spielzeug? Wie man spielt? Ach, Spielzeug kann man ja kaufen. Kindermodus kann ich einstellen. Ich weiß nicht, wozu man den hat. Gewalt. Kann ich den Santa schlagen und Ohrfeigen? Achso, das kann ich ein- und ausstellen. Ist ja genial. Länger zuhören. Soll ich länger zuhören, bevor ich jetzt wiederhole? Guck mal, das kann ich auch noch einstellen. Videos von anderen Benutzern. Kann ich Videos von anderen Benutzern in der App sehen? Wie geht denn das? Das ist ja genial. Kann ich also sehen. Login-Daten für Facebook und YouTube löschen. Macht diese App kinderfreundlich. Kindermodus. Jetzt gucken wir mal spaßhalber. Aber Moment, wir können ja einfach mal ausprobieren, was ist denn der Kindermodus. Kindermodus. Jetzt. Push möchte ich nicht. Gewalt. Kann ich den Santa schlagen? Nö. Mal sehen, was passiert jetzt. Aha. Jetzt geht gar nichts. Jetzt geht nur das. Oh, 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 oh. Okay. Ach, gucke. Kinderfreundlich. Dann kann ich ja nicht mal irgendwie Videos aufnehmen oder was ist da los. Du kannst erzählen, Freund. Mal sehen. Kann ich ihn trotzdem überrollen? Das geht. Mal gucken, was er jetzt noch in seinem Geschenke-Sack für uns drin hat. Mal gucken, was er jetzt noch in seinem Geschenke-Sack für uns drin hat. Hier, den Geschenke-Sack, bitte. Nochmal genau dasselbe. Oh, gucke. Ein paar Goldbaden, die kann man immer gut gebrauchen. Ah, ist das vielleicht der Kindermodus jetzt an der Stelle erstmal? Ist ja geil. So, machen wir mal. Kindermodus off. So. Kommt jetzt hier noch irgendwas, was man vielleicht für Kinder nicht so unbedingt sehen sollte? Na ja, okay. Die Gegenstände unterscheiden sich natürlich zwischen Erwachsenen wahrscheinlich und Kindermodus. Spielzeug kommt jetzt nicht mehr so auf, aber ist ja cool animiert. Hier kann ich da auch drauf drücken. Mal sehen. Ne, er lacht da nur. Kann ja auch nichts machen. Dann misst er auch hier. Da, hier, gucke an. Also die Animationen sind auf jeden Fall sehr schön. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer zu sagen, oh Tanebaum, oh Tanebaum. So, der Weihnachtsmann bekommt die Schneekugel ab. Ja, da hat er schon abgebrochen. Bam, da kriegt er direkt die Schneekugel über. Als Entschuldigung natürlich noch einmal Milch und Kekse. Und ihr solltet nicht vergessen, am Start ist natürlich der Bad Santa. So. Ach, gucke, jetzt kommt wieder ein anderes Foto. Siehst du, also muss man bloß mal eine Weile ausprobieren. Oh, jetzt bin ich direkt einmal rausgegangen. Das war gar nicht meine Absicht. So, denn das jetzt. Nochmal schnell eingeloggt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, die App ist natürlich kostenlos im Playstore erhältlich. Viel Spaß damit. Links sind wie immer bei mir in der Beschreibung. Da ist er erstmal direkt vom Himmel runtergefallen. Tolle Grafik. Fetzt auf jeden Fall. Wir gucken nochmal, was ist das jetzt für ein Foto. Was das so wird. Ach, das ist wieder dasselbe. Na gut, okay. Und dann probieren wir noch einmal das Ganze mit dem Hinterteil. Ob das jetzt hier nur an der Stelle so funktioniert. Ja, und wie gesagt, dann wird schon eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich werde noch ein paar Apps testen nebenbei. Und dann viel Spaß damit. Und wir sehen uns bei der nächsten App Review. Bad Santa bis dahin. Auf Wiedersehen. Bad Santa bis dahin. Bad Santa bis dahin.